Aus der Wiener Perspektive beobachtet Michael Mandlik die Flüchtlingsfrage. Guten Abend nach Wien an die Donau, einen Tag nach dem Erdbeben von Wien. Herr Mandlik, glauben alle, die Obergrenze kommt, aber was passiert denn ganz konkret? Also zunächst mal wird gar nichts passieren. Die Beschlüsse von gestern waren eine Ankündigung. Und in der Tat müssen diese Ankündigungen erstmal juristisch überprüft werden. Das war ja auch etwas, was viele Politiker in anderen europäischen Ländern auch hinterfragt haben. Wie kann es sein, dass man einen Beschluss fasst und dann erst im Grunde die juristische Prüfung nachzieht? Aber so ist es. Es wird ein juristisches Gutachten erwartet, das die Regierung, die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, hier in Wien. Und mit diesem Gutachten wird erst Ende März erwartet. Bislang galten ja die Österreicher als die guten Europäer. Warum jetzt dieser Schwenk? Also die Österreicher gehören nach wie vor zu den wirklich guten Europäern. Denn kaum ein anderes Land wie Österreich, wie Deutschland, wie Schweden, wie Dänemark hat so viele Flüchtlinge aufgenommen. Gemessen an der Bevölkerungszahl, da gibt es andere Länder in Europa, die sich überhaupt nicht kümmern um dieses Problem. Also da gehört Österreich wirklich zu den guten Europäern. Wenn wir jetzt mal das runterbrechen nochmal in die Praxis. Sie haben es gerade schon beschrieben, dass wir im Grunde genommen in Schritt davor sind. Aber welche Reaktionen gibt es denn jetzt für Sie ablesbar schon aus Ihrer Perspektive, zum Beispiel auf der Balkanroute, also auf den südlichen europäischen Staaten? In der Tat gab es da heute schon Reaktionen. Natürlich herrscht dort in diesen Ländern eine gewisse Angst vor, eine Furcht, eine diffuse Angst, dass Österreich möglicherweise die Grenzen sogar dicht machen könnte. Was dann für diese Länder bedeuten würde, dass es in diesen Ländern eine Art Flüchtlingsrückstau geben könnte. Das heißt, dass diese Länder unmittelbar betroffen würden von einer Abschottung Europas. Also das ist im Grunde ein Horrorszenario in diesen Ländern. Heute hat zum Beispiel Mazedonien die Grenzen wieder geöffnet, aber nur noch Flüchtlinge passieren lassen und Migranten, die als ausdrückliches Ziel Deutschland und Österreich angegeben haben. Und in Serbien, haben wir gehört, sind an manchen Bahnhöfen Züge gar nicht mehr gekommen, die wie sonst an den Tagen zuvor Flüchtlinge weitertransportiert haben nach Österreich und Deutschland. Die Aufgabe, an der die Europäer jetzt gerade noch gescheitert sind, ist ja das Prinzip der Außengrenzen zu etablieren. Was passiert jetzt mit diesem Prinzip? Wird es jetzt ausgehöhlt, komplett? Also alle in Europa wissen, dass die Idee des Schutzes der Außengrenzen, nämlich an den Grenzen Griechenlands und Italiens, nicht funktioniert. Die Hotspots, die ja schon längst in Arbeit sein sollten, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sind nur drei installiert in Italien und Griechenland. Also man sieht, das funktioniert einfach nicht. Und jetzt denkt man darüber nach, eine effizientere Grenzkontrolle sozusagen im Balkan zu errichten, meinetwegen an der slowenisch-kroatischen Grenze, wo man die Gewähr hat und die Sicherheit, dass mit Unterstützung auch durch Deutschland und durch Österreich eine effizientere Grenzkontrolle stattfinden kann, sodass eben nicht mehr die massenhafte illegale Einwanderung von Menschen aus dem Nahen Osten und aus Afrika erfolgen kann. Noch im letzten September, wenn wir uns erinnern, war Bundeskanzler Faymann fest an der Seite der Kanzlerin. Welche Motivation hat er jetzt für diese Ad-Hoc-Entscheidung? Also ich denke, er ist nach wie vor fest an der Seite der Kanzlerin. Und der Aufruf gestern, das hat Werner Faymann ja ausdrücklich gesagt, war ein Notruf. Es ist eine Notlösung, um, so wörtlich, Europa aufzurütteln. Also Faymann will den Kurs von Angela Merkel bestärkend eigentlich sagen, es geht nicht mehr so weiter. Es kann nicht sein, dass einige wenige Länder Europas sich derart intensiv um die Lösung des Flüchtlingsproblems kümmern und andere Länder tun es, als würde sie das gar nicht angehen. Also ich meine, es ist eher ein Aufruf zur Solidarität, ein Notruf, um zu sagen, Hallo Europa, ihr müsst uns jetzt helfen und die Länder, die sich bisher mehr oder weniger absentiert haben, die dürfen nicht länger beiseite stehen. Denn diese Unterstützung auch der anderen europäischen Länder ist dringend notwendig, um diese gesamteuropäische Lösung möglich zu machen, wie sie Frau Merkel vorschlägt. Wenn man es streng nimmt, eine Obergrenze ist gerade nicht das, was der Kanzlerin so als allererstes vorschlägt. Also war dieser Schwenk, wenn man so will, jetzt nun auch der Todesstoß für eine europäische Lösung à la Merkel, jetzt doch nochmal nachgefragt? Das glaube ich nicht. Wie gesagt, Werner Faymann hat nun versucht, sozusagen ein Signal zu setzen. Dieser Plan B, wie er es genannt hat, den Frau Merkel ja ablehnt. Aber der Plan B ist letztlich der Notruf, den man anführen muss, wenn man sagt, aus nationaler Perspektive, aus nationaler Sicht in Österreich, es kann so nicht weitergehen. Und wenn wir nicht gesamteuropäisch reagieren, bleibt Europa gar nichts anderes übrig und den benachbarten Ländern als diesen Plan B, nämlich im Grunde das größere Übel zu wählen, als diesen dann zu wählen. Also ein echter Notruf. Ein Notruf aus Wien. Vielen Dank für diese Erläuterung. Danke, Michael Mandlik. Bitte sehr.